8,5 cm x 18 cm habe ich mir noch gemerkt 8,5 8,5 8,5 10,5 cm und jetzt kürzen auf 18 cm so 20g schnapp 10,35 Das war wundervoll. Das war wundervoll, wundervoll, wundervoll. So, ein kleines Zippelchen Pasta oben noch rein. So, ein kleines Zippelchen. Und hier geht es jetzt weiter mit einem Streifen, der auch 85 tief ist. So, das ist ein kleines Zippelchen. So sollte das dann mal aussehen. 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 So sollte das dann mal aussehen.